Chester und Nero spielen zusammen. Chester zeigt ihm, was man fressen kann von da oben. Nero darf auch abbeißen, wenn er will. Will er nicht? Er spielt lieber mit Chester ein bisschen. Die beiden verstehen sich gut. Die kleine Nero kriegt nichts ab vom Ast. Chester kommt nicht weiter hoch, dann spielt er wieder mit ihm. Sehr süß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.